MEK oder Mobileneinsatzkommando Das MEK wird nur bei schwerwiegenden Straftaten, insbesondere im Bereich der organisierten Kriminalität und der Terrorismusbekämpfung, angefordert. Dabei steht beim MEK die Aufgabe der Observation im Vordergrund. Genauer werden Observationsprotokolle, Lichtbilder und Videos für das geführte Strafverfahren eingebracht. Weitere Aufgaben sind Peilung und Ortung, die technische Observation von zum Beispiel Personen, Fahrzeugen und Mobiltelefonen, sowie die Absicherung von verdeckten Ermittlern bei möglicherweise problematischem Täterkontakt.